Folge 254 von Simotrans. Ja, wir wollen diesen Bahnhof umbauen. Jetzt müssen wir mal ganz genau überlegen, was wir hier tun wollen. Also wir haben, wer ist denn nicht im Angebot, sondern nur die Lupe und die Falltasten. So, wir haben hier dreispurig nach hier hinten. Jetzt lassen wir mal gerade überlegen. Die dritte Spur geht oben rüber. Genau, das heißt, die Hauptspur sind diese beiden. Das würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir diese beiden Spuren hier auch mal gerade ziehen. Lass uns mal das Tool hier nehmen. Das Feld ist bis jetzt drin nicht. Also wir müssen auch hoch und nicht runter. Glück gehabt. So, jetzt kann ich das schon mal geradeaus fahren lassen. So, den machen wir erstmal so. Der geht bis dahin. Und der geht bis da sogar hin. Gut. Gut. Das bedeutet, wir werden hier diese beiden Spuren noch gerade durchziehen müssen. Ja, hat gut geklappt, weil eigentlich müssten wir das Ganze noch höher legen. Ja, oder wir machen es tiefer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, da müssen wir nur noch mal überlegen, was wir da machen. Ich glaube, wir machen das hier sowieso schon richtig. Diese Buchten lassen wir hier. Wir müssen erstmal gerade gucken, wer hier wann wo losfährt. So. Verbindung. Straße ist nur Getreidemarkt. Getreidemarkt. Ja, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte jetzt dieses hier haben. Okay, der hält sowieso da hinten an. Das ist schon mal gut. Dann behalten wir das da hinten auch, denke ich. Sind es nur vier LKWs und da sind zwei, vier Haltebuchten. Also das würde da oben ja schon mal reichen. Gut, das bedeutet, mach den mal zu. Was haben wir noch? Drei Züge. Die Züge halten wo an? Mhm. Da und da. Der freie Wegpunkt ist wahrscheinlich hier auf dem dritten Gleis, ne? Jo, das kann dann so bleiben. Das bedeutet aber, einer der beiden Wegpunkte muss noch umgeswitcht werden. Und das ist dieser. Einfügen. Mach den da mal hin. So, und der jetzt hier kann weg. Genau. Und der liegt ja da. Das passt. Da soll auch ein Gleis hin. Das bedeutet, diese Linie ist fertig, auf deutsch gesagt. Fernzug ist durch. Dann ist Gerste, Mühle, Getreide. Der hat da sowieso nur den Halt. Passt. Dann ist der durch. Und der letzte ist Getreidehof. Der hat auch den Halt nur da. Passt. Bleibt so. Gut, das heißt, wir brauchen da nichts umbauen. Wir kommen mit dem da hin. Kommen mit dem. Warte mal, das machen wir jetzt hier. Ne, wir müssen glaube ich erst so machen. Passt schon mal. Dann gibt es die Schräge da runter. So. Dann gibt es das 160er Gleis da rein. Passt. Daneben machen wir das gleiche nochmal. Und die Schräge da runter. Passt. Und das Gleis da lang. Passt. Gut. Jetzt müssen wir hier was wegreißen, ne? Ich glaube, wir reißen mal das dritte Gleis schon mal hier weg. Das brauchen wir definitiv ja nicht. So, das werden zwei, selbst dieses Gleis kann noch weg, ne? Wir müssen mal gerade gucken, dass wir hier schon umschwenken. Das kann ja noch nach da. Genau. Hier gibt es nachher eine Brücke. So, jetzt müssen wir nur hier schauen. Das muss noch weg. So, das legen wir tiefer erstmal. Kann man denn da? Ne, wollen wir nicht machen. Achso, da müssen wir jetzt erst schnell... Ne, das. Okay, da kommt sofort die Meldung vom LKW. Das. Und... Das. Und die Brücke schnell bauen. Auto. Da. Brücke. Da. Okay, das funktioniert so nicht, wie ich mir es vorstelle. Und... Ja, die nächste Meldung, dass er nichts findet. Gut, und... Jetzt die Brücke... Er soll da drunter klicken. Kriegen wir das hin. Dann muss das eine Schräge sein, ne? Dass er das macht, glaube ich, oder? Lass uns schnell eine Schräge dahin basteln, die diese ist. Ne, erstmal... So. Und dann... So. Und dann die Brücke. Gucken, ob das so war. Irgendwie ging das, das weiß ich. Genau so. Gut. Dann schnell ein Gleis bauen. Dann schnell die Oberleitung. Fast. Geht, oder? Dann den Bahnsteig. So. Eins, zwei, drei. Ja, müssen wir gucken. Das Einbahnstraßenschild muss da unbedingt weg. So, der kann schon mal da langfahren. Das ist schon mal gut. Dafür kriegt er jetzt auch ein Signal hier hin. Obwohl das jetzt gerade falsch rum ist, wenn du es so nimmst. Aber wir müssen erst das andere bauen hier. Äh. Das kann komplett weg. Das brauchen wir nicht mehr. So. Und jetzt müssen wir hier absenken. Auch so ein teures Projekt, ne? So. Und dann Bahngleis. Da fehlt's Gleis. Deswegen geht das nicht. Gleis brauchen wir schon, ne? So. 160 ist ausgewählt. Warte. Bahnsteig war's. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Elf. Zwölf. Äh. Zwölf. Okay. Machen wir erstmal Stromgrad ranne. Da muss ich die Karte wieder verschieben, damit das klappt. So. Der kann da lang. Der kann da lang. Zwölf. Mal hier was abreißen. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. So. Und dann. So. 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 Läuft erstmal. 13, 14, 15. Passt. So. Nächstes Gleis wegreißen. Aufschütten schnell. Gleis legen schnell. Stromleitung legen schnell. Läuft erstmal. Kreuzung bauen. Hier. Passt. Zweites Gleis. Fertig bauen. Passt. Hier das wegnehmen. So. Zweigleisig umgebaut, oder? Signal noch weg hier. Passt. Können die überall hinfahren? Erstmal ja, ne? Im laufenden Betrieb ganz gut umgebaut, oder? So. Jetzt müssen wir noch was wegreißen. Er fährt jetzt da hin und kann da gar keinen rauslassen. Hier muss... Hier muss... Das weg. So, jetzt muss er da erstmal einen anderen Weg nehmen. Einmal die Lupe, bitte. Fahrplan, nee, nicht zum Depot. Döbeln da lang. Und hier weiter abbeißen. Kann er fahren. Ich glaube schon, ne? Wenn der andere weg ist. Der muss jetzt hinter irgendeinem Signal sein. Aber ist er doch. Äh... Warum fährt der nicht? Ich baue gerade weiter. Ich sehe schon, was da gerade passiert ist. Jetzt muss ich wieder aufschütten. Da ist das Loch zu tief. Wie komme ich da jetzt hin? Muss ich gerade drehen? Wo war gerade der Drehen? Und die Brücke muss noch anders. Jetzt kriege ich das dritte Gleis da nicht hin. So war es richtig. Naja. Jetzt muss ich den da irgendwie noch kriegen hier. Fahrplan. Geht das? Ja, geht. Dann ist er weg. Den. So, die Bahnsteige funktionieren erst. Aber dieser hier noch nicht. So, das bedeutet. Wir müssen jetzt hier mal. Mal was wegreißen. Was haben wir hier noch? Oh, man. Nicht mehr. Findet keinen Weg mehr. Ja, okay. Da jetzt gerade hier so gut nichts fährt. Ich muss hier nochmal abreißen. Absenken. Schräge schnell hinbauen. Und dann schnell die Brücke bauen. So, jetzt kann er da auch wieder hinfahren. Gut. Gleis bauen. Ach so, okay. Das ist noch zu hoch liegend da. Das ist optische Täuschung, ne? Gut. Absenken. Spannungsleitung. Schräge bauen. Gleis bauen. Passt. Spannungsleitung. Passt. Geht, oder? So, ihn müssen wir jetzt mal hier nochmal antackern und sagen, fahr mal woanders hin. Findet keinen Weg mehr. Okay, dann war das nicht das Richtige. Kann er oder kann er nicht? Jetzt muss er aber können, oder? Auf jeden Fall funktionieren die LKW ganz gut. Der kommt da weg. Damit es einheitlich aussieht, machen wir da so eine Schräge, ne? Gut. Jetzt bin ich noch nicht den Zug hier los. Ungültiger Eintrag. Okay. Dübelmühle. Okay, das heißt, dieser Eintrag hier müssen wir in Einfügen machen und müssen den da reinsetzen. Und dann löschen wir den ungültigen Eintrag raus. Und dann, fahr mal da hin. Vielleicht fährst du dann ja mal. Der macht's auch gar nicht, ne? Schon komisch, oder? Findet keinen Eintrag. Wieso kann er da nicht drehen? Jetzt hapert's an diesem einen Zug, oder was? Findet keinen Weg mehr. Wo findet er keinen Weg mehr, Mann? Das ist mal hier gerade. So, das ist alles weg. Kann er nicht. Zweiter Eintrag. Kann er nicht. Bedient Linie. Linie gibt's gar nicht. Was ist das für ein Zug? Ist ja noch besser, oder? Aber das ist nicht schlimm. Jetzt ist er weg. Ich weiß nicht, welcher Zug das war. Irgendwas fehlt uns, naja. Aber das müssen wir dann sehen. So, äh, erst mal noch schnell wegreißen hier. So. Falsche Taste. Gut. Den schmeißen wir da weg. Und bauen wir mal den hier hin. Gut. Den schmeißt er auch mal weg. Und den noch auch weg. So, jetzt ist das einigermaßen erst mal. So, die LKWs fahren noch richtig schick, ne? Gar kein Problem. Und jetzt brauchen wir noch ein weiteres Gleis. Für hier noch. Passt. So, jetzt haben wir dreigleisig. Das ist die Frage. Das kann erst mal hier weg. Ja. Und dann die Signale noch ein bisschen entzehren hier. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Alle weg. So, dann. Haltesignal für Bahnhof nach da oben. Passt. Das passt. Und Passt. Und das kann noch dann B, C, A, Ech. So, diese Seite ist passend. Drei Züge fahren rein. Können sich da auswählen. Andere Züge kommen von hier und fahren da rein. Hier ist ein Haltesignal. Sieht gut aus, oder? Irgendwie habe ich gerade keinen Zug hier. So, die LKWs fahren wunderbar, oder? Da kümmern wir uns nicht mehr drum erst mal. Ich glaube, das funktioniert richtig. Der Bahnhof funktioniert auch gut. Die Haltebuchten da unten könnten rein theoretisch weg. Und wenn wir schon dabei sind, dann doch nochmal Auto aufmachen. Ich hoffe, das war die 100 kmh Straße. Die jetzt noch da geht. Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, dass wir 100 kmh bis hierhin fahren können. Das so. So, und dann kann das hier weg. Brauchen wir definitiv nicht mehr. Weil die können jetzt hier und brauchen auch nicht so einen langen Einfahrtsweg. So, Bahnhof sieht schick aus. Blöd ist nur, kein Zug da. Wo sind die Züge geblieben? Ohne Route. Fahrplan. Ungültiger Eintrag. Linie. Wo sind die Züge geblieben? Das hat keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, wo der ungültige Eintrag ist. Jetzt habe ich das, habe ich da jetzt einen eingetragen oder nicht? Machen wir den weg. Wo ist der? Der ist noch da, das passt. Die Linie ist jetzt heiler. Die beiden Züge können definitiv hier wieder reinfahren. Findet keinen Weg mehr. Dürfte jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Ne, ist es auch nicht. Und der ist da, weil Schlange und so. Und irgendein Zug fehlt uns natürlich jetzt. Und ich habe keine Ahnung, welcher das war. Der hat auf jeden Fall keine Linie. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Was da jetzt passiert ist. Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal, das machen wir nicht in dieser Folge. Die ist schon ureslang. Da müssen wir mal noch drüber nachdenken, ne? Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.